war das durch da unten diese eine tür oder müssen wir dafür jetzt noch mal hoch ich bin mir gerade nicht mehr sicher wir müssen nach irgendwie wieder da da hinten zurück auf diesen anderen stein planeten da oder wir benutzen das zeitpreiseportal da oben genau hier war okay so um daneben kommt zum vorschein komm es und durch das portal wo landen wir jetzt stimmt hier sind wir wieder in unserem dorf oder beziehungsweise in dem ersten ort in dem wir waren zu dem wir gelangt sind da ist ein würfelstück komm es ist auch der einzige der aus dem wasser so hoch springen kann eine tür und jetzt landen wir wieder auf einem anderen also es ist doch nicht derselbe ort das ist nämlich irgendwie ein anderer an dem wir nun sind da seine tür die halten wir uns mal im hinterkopf denn hier sind noch ein würfelstück da ist noch eins das sieht aus wie eine riesige glocke da sind wir jetzt angekommen ding dong läuchte die glocke indem du vor ihr control drückst das macht aber ein wichtiges ein mächtiges ding dong können wir die schwingen können wir die schwingen ich weiß nicht so recht was das bringt ah moment mal eins zwei drei vier eventuell vielleicht von jeder seite einmal oder haben wir eine schatzkarte die genau das anzeigt moment war was sagt denn diese karte strich und das mit oben in der ecke und das hier so ein anderes mit einem strich also hier haben wir probieren wir den strich und den in der ecke aus das wird da was hat sich nichts getan aber es macht so viel schön so schön viel spaß diese glocke zu benutzen da oben ist aber eine tür sehe ich jetzt gerade erst jetzt muss ich wieder den ganzen weg hoch klettern hättest du nicht sterben können kommen ist so wie jeder andere marshmallow mensch auch ich möchte dem kleinen kommen ist ja eines nicht wehtun zu früh die kamera gedreht so jetzt da durch und dann einmal nach rechts drehen genau so was so jetzt da durch und dann einmal nach rechts drehen genau so was und dann sind wir wieder oben und ich hoffe ich fall diesmal nicht runter so gehen es mal nicht aber so und wir können dadurch und bekommen wahrscheinlich da hinten hin das dachte ich mir schon da oben ist auf jeden fall ein würfelstück so da haben wir schon mal eins da unten hätten wir jetzt noch eine tür oh wir haben noch ein würfel gefunden ach ne den haben wir gerade zusammen bekommen so war das so da oben ist nämlich noch was etwas das leuchtet und funkelt hier ist noch ein würfelstück da ist eins oh je da ist eine bombe so mh äh äh toll ich wollte mir doch eigentlich das tutorial dazu anhören mh ich habe verkackt So, wieder darüber. L-Schiff. Sieh dir das an. Das ist eine Bombe. Du kannst Bomben aufheben und werfen, indem du L-Control drückst. Aber sei vorsichtig. Du kannst eine Bombe auch vorsichtig ablegen, indem du runter und Control drückst. Sprengen wir das mal in die Luft. Boom. Und wir haben damit den Weg zu dem Würfelstück freigesprengt. Das ist ja cool. Nicht runterfallen, Gomez. Aufpassen. Das Gute ist ja wirklich hier, dass man nicht wirklich sterben kann, sondern dass Gomez immer wieder an der Stelle, wo er zuletzt runtergefallen ist, wieder auftaucht. Also wieder spawnt. So. Da ist auch noch eine Tür. Geht's ja hinten auch wieder weiter. Tatsächlich. Wir kommen schon wieder in einen neuen... Oh je. Oh je. Das sieht komplex aus. Dann in der Mitte ist wieder ein Würfelstück. Und auf der anderen Seite ist die Tür. Laufen wir mal außen rum. Nyaau. Nyaau. So, wir wollen zuerst das Würfelstück. Okay, probieren wir es auf der anderen Seite. Ah, tadaa. Und ein weiteres Würfelstück. Boah, super Action hier. Gomez. So, und wir sind noch nach oben bei der Truhe angekommen. Und dann schauen wir mal noch was... Oh, da steht sie plötzlich so weit weg. Schauen wir mal, was sich in der Truhe befindet. Ein Schlüssel. Mal wieder ein kleiner Schlüssel, den wir für irgendeine Tür benutzen können. So, jetzt schauen wir, dass wir zur Holztür wieder runterkommen. Oh, komm es. Runterklettern. Runterklettern. Aber da unten ist ja noch ein Würfelstück. Kann man sich da... Ja, so können wir runter. So auch. Aber wie kommen wir da wieder hoch? Da drauf. Also, hier haben wir dann wirklich mal alles mitgenommen, was ging. Warum laufe ich eigentlich immer in die Richtung? Könnte doch auch so rum machen, dann bin ich schneller. So, und durch diese Tür. Schon wieder zu einem neuen steigigen Ort. Da auf der anderen Seite ist eins. Da muss ich mich da oben draufstellen. Nein. Wo kriege ich das denn hin? Ich bin hier auf der Seite. Ha! Plötzlich bin ich da. Okay. Stellen wir das mal nicht weiter in Frage, sondern klettern weiter hoch. Dramatischer Fehler. Wir müssen wohl doch hier durch. Schaffen wir das so bis da auf die andere Seite? Nein. Ganz knapp. Aber so schaffen wir das auf die andere Seite. Und dann lassen wir uns fallen. Gehen wir wieder hoch. Und dann geht's hier weiter. Oh, da oben ist wieder ein ganzer Würfel. Nein. Zu weit gesprungen. Mal wieder episch von mir. Ja. Da müssen wir doch rüber, oder? Oder irre ich mich da jetzt? Nee. Das war schon richtig. Aber ich muss da rumlaufen. Komm, ey. Fall doch nicht immer runter. Och. Auf der Kante aufgeschlagen. Arme Kleine. Toll, jetzt sind wir wieder da, wo wir eben auch waren. Weil ich nicht weit genug gesprungen bin. So. Jetzt durch. Jetzt können wir hier weiter hoch. Und haben einen ganzen Würfel sogar gefunden. Hey, Glücklichstrahl. Du hast acht Würfel gefunden. Gehen wir dorthin zurück, wo all die Türen sind. Ähm, okay. Gut. Wenn du das sagst. Kleiner, bunter Würfel. Sind wir jetzt an dieser Stelle? Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da war der Leuchtturm. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich noch erinnere besten. Ich kann mich noch erinnern. able, einfach. Ich kann mich noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern. Ich kann mich noch erinnern,